Anstandslos bin ich jetzt und deswegen nehme ich mir jetzt einfach das, was mich in der Sekunde glücklich macht. Ich nehme den Mund nicht so voll wie sonst. Das hat er nicht gesagt. Im Ernst? Ja. Oh Mann. Ich will das nicht mal in den Mund nehmen, ne? Nee, nee. Niemand hatte übrigens gesagt, dass das ewig dauern muss. Oh ja, scheiße. Da ging auf jeden Fall mehr, ne? Ja, aber von seiner Seite aus. Von seiner Seite aus? Ja, okay. Ja, ach Mann. Ich halte vor Melody, das ist eine aufgeblasene, aufgespritzte, aufgefettete Bitch, um ehrlich zu sein. Ich kann fick mich mit meinen Augen sein. Sie präsentiert sich selber als die größte Note. Ich check's nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hä? Habt ihr Bock, noch mal miteinander zu bumsen? Ja, natürlich. Ich k davet! Ja! Ja, unglaublich. Alles passt. Das alles passt.